Hi Team Get Your Ass Up, was geht ab? Diese Woche ist Get Your Ass Up Motivationswoche. Das heißt, es kommt jeden Tag ein kurzes Video, das euch inspirieren soll, etwas in der Welt zu verändern. Entweder bei euch selbst oder bei anderen Personen. Also viel Spaß mit den Videos. Von den Männern heutzutage wird viel erwartet. Männer können Handwerkern. Männer sind gut im Handwerken. Männer können gut flirten. Das müssen die nirgendwo gelernt haben. Das können die einfach. Bullshit. Woher willst du es können, wenn du es nie gelernt hast? Es ist Ausdruck wahrer Männlichkeit zuzugeben, dass man im Bereich Flirten und im Umgang mit Frauen noch einiges lernen muss. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst erstens dir ewig vortäuschen, du könntest bereits relativ gut flirten. Kannst in die Disco gehen, abends dich betrinken. Dann klappt es und du sagst, ja, es klappt ja. In der Disco hat es ja auch geklappt. Oder du entscheidest dich, auf die Reise zu gehen zu einem Menschen, zu dem andere Menschen später aufsehen können. Auf eine Reise zu gehen, in der du lernst, in der du ausprobierst, in der du anerkennst, dass du es noch nicht so gut weißt, dass du noch viele Fragen in dem Thema hast und in der du lernst, wie es wirklich geht. Es ist völlig okay, nicht alles übers Flirten zu wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann werde Teil von Team Get Your Ass ab und abonniere den Channel.